Hallo ich will ein Returnment spielen Hallo uhr! Willkommen zu League of Legends Bin dem jetzt echt auf? Ich dachte, das wäre ein Joke Das war alles top, okay das alles botkink Nein! Geht das alle? Nein! Zwei Top, zwei Boots, ein paar Mittel. Hey, die Q und die W, die machen ja halt echt AP Schaden. Ein halbes bisschen kostet ja auch Hexes. Ja, das ist halt Hybrid, ne? Lass mal so schnell das geht den hier machen. Jetzt. Direkt. Wir haben ja in der Mitte ein hartes Dance-Battle am Start. Lol. Hey, was willst du Marcel? Ach so, weil ihr danst. In der Mitte. Wir dancen, wir dancen hier direkt so. Heter Borgen, ja locker. Der ist ein Kiefer. Ja. Nein, das war nicht. Hey, der doch nicht. Aber man hat normale Abklingzeiten, ne? Jaja, genau. Das kannst du nicht nochmal Jacks. Aber du kriegst heftig viel Gold. Ach, Gold ist extra. Danke. Ich weiß, dass ich der König bin. Ach, du scheiße. Ich bin noch King oder nicht. Woa, woa macht ja Damage. Nee, nicht so. No, ich mach dir nicht. hätte ich eh nicht haben wir auch so nahe genommen ich habe jetzt schon gar bock mehr an kurs was gucken jetzt mal ehrlich als das geht doch für klar machst du eh kuh und dann weh ja wie mein jack spielt ist das schon bewusst aber ja Junge ihr habt doch alle jack skins ich hab keinen aber kurs hat sogar zwei ich spiel den auch nie ich glaub der hat mehr als zwei nein ich hab zwei bist du ja sicher ja alter also mitte ist miss wir haben keine chance Junge top ist halt echt gewonnen da ist ihn halt schon den tower ein du musst halt nur voll aggressiv spielen dann geht das voll klar ja hätte ich jetzt nicht leid mit dem wer der tot warum hast du es nicht dabei ich will alle teleporten mitnehmen was ey pisse ja es ist halt besser weil irgendwann hast du halt diese Situation dass du mega lange cooter äh mega lange Todeszeiten hast nö ich hab die nie das ist irgendwie in dem game gefühlt auch erhöht ja du hast halt irgendwann 70 Sekunden ne naja genau aber relativ früh ja wenn du halt nur schnell von level 18 kommst mal als ob ich die nicht getötet nein was junge alter was für ne kacke ich hätte grad zwei bekommen Mann scheiße halt ohne Witz richtig ab ich hätte die beide genommen alter der heilt sich so krass hoch das ist so langweilig das ist so langweilig bin ich echt der einzige der auf AP geht ich geh hybrid ja ihr müsst beides kaufen eigentlich gerade der AP ja okay erste item ist äh Klinger des gestürzten Königs und dann geh ich auf Wut Klinger Drake die machen Drake die machen save Drake Junge wir rasieren hier alles ich hab zwar erst die scroll die assist so weil er alles nimmt aber egal gut job Junge top lane ist heftig ja oder jetzt warum resettet der ja frage ich mich auch gerade nice und wir haben den ersten Dragon alter das ist so ne nice runde ja geh geh ihr seid erst level 6 und 7 problem komm mach ihn mach ihn mach ihn nehm ihn auseinander nehm ihn auseinander ja eine Kuh als ob nein als ob er hat den locker genommen traurig egal sagt er jetzt brauche ich erst mal ein paar Schuhe wollen wir Herold machen locker wir können den jetzt nehmen aber wir schmeißen ihn auf den top lane weil er dann ist durchgepusht die Heerolod Heerolöt Hauptsache du schreitst das in All Chat pfff alter Jaja Kai will einfach nicht gewinnen ich hab's nicht gesehen so mit Dauer mit 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 ist aufbauen äh der zweite mithau- ok fällt nicht so, wir haben hier aber eben abgesnackt die Toplane guck, die mach ich einfach alleine hier, scheiße, komm jo, will die sie hochheilen, alter der Jack steht einfach wache, alter der von meiner Toplane, der ist voll korrekt drauf gib mir das mal, mach Toplane, 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 aber hier, werf's dahin weil dann können wir die durchpushen ja, wir werden in der Mitte durchpushen können, mit aber schon lower der hat Angst, 3 Jacks ok, ich schmeiß es dahin hier ist ein Robic, ok, die Rutschen auseinander genommen und dann kommst du und lasst es in der Mitte die Sache ist halt, wir dürfen uns nicht ins Late Game kommen lassen, weil dann zerfickt hast ja Robic wir sind noch nicht mal 10 Minuten gespielt weil die halt, weil die uns halt, weil die sich halt mega hochheilen und wir nicht ich lenke ihm ab vom Tower gut, ey der Herold hat noch 11 Leben beschützt den Herold die Minions dürfen mich nicht angreifen der macht sich aber jetzt selber tot, pass auf, weil er jetzt dagegen rennt guck mal, jetzt ist er gleich selber tot, er hat nur noch 1 HP, alter geht nicht, geht nicht, ich bin unterdrückt von allen 4 Warings alter push bot, ok Top ist durch jetzt müssen wir die botlane pushen, dann haben wir eh schon gewonnen lass mal richtig schnell das game baden ich hab noch einen TP, wo soll ich mich hin tippen TPen ähhh mach mal hier zu dem soll ich mitte, mein Jacks Toplane rasiert die beide gerade hier, hier das ist eine schnelle Runde, würde ich sagen bis jetzt ja das ist ein Warwick ah guck mal, beste Call von mir, alter mach mal Pelsmann Ward mit Tower ist auch down oder ne, ich geh botlane Individua ist auch down noch nicht, aber gleich ich mach TP auf die botlane mit Tower ist down äh mit den Hewis war es down mit so, 4-fach Tötung ist ist, so viel zum Thema aber ist das nicht ne hart Tötung ist da ok, ich komm mich unter Tower gegen ihn nicht wehren mit ganz wenig Leben sorry ja, wir pushen jetzt Botway top, ne also, soll ich jetzt noch ne Blutdüster kaufen? top warte, ich kochen das ich glaub das ist jetzt egal was im Chaos keine 15 minuten Game ist vorbei ja Jungs jetzt kommt auch den Tower weg richtig in der ersten Runde ja die sind jetzt alle wieder da ja und ich hab grad ne Vierfachttötung gemacht, alleine leider kein TP über die die items irgendwie auch günstiger ey wir haben zweimal den Höhlendrachen das ist eigentlich das das, den Höhlendrachen das, das perfekte für Jax, ne mit Angriffsschaden und Fähigkeitsstärke ja, 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 ja kann man machen so, easy going hier komm wir beenden das ganze jetzt mal ja, jetzt mal 3 Zwischenrufe das ist erstmal die Minions hier abzufahren also eigentlich könnten wir auf AFK gehen das Game ist eh gewonnen auf jeder lane 2 UK war sein fährt einfach ripp so, GG Jungs, das war's mit dem Game äh, nächstes LOL Game ever da muss ich mir noch mein neistes thumbnail für einfallen lassen und ja bis zum nächsten Mal tschüss 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 tschüss